Hallo und herzlich willkommen bei einer Special-Folge Minecraft von Rabbit Panic und den Typ da und Nox of Builder. Den Typ da? Den Typen da. Ja, wir sind hier gerade zu fünft auf einem Minecraft-Server und ja, jetzt spielen wir mal ne Runde Hunger Games, ne? Ja. Und wir spielen jeder gegen jeden. Wir machen keine Teams. Den Typen. Okay. Den Typen und den Typen. Das sind Fabi und Noxie. Ich hab gesagt, du bist ein Typ und Nox of Builder. Also ne. Ist das losgehen? Ich bin aufgeregt. Ich hab schon gevotet, dass es losgeht. Achso, ja, kann ich auch nochmal losgehen. Ich auch. Ja, ich hab gevotet. Ah, es startet in 20 Sekunden. Oh mein Gott, das ist aufregend. Und die Kisten sind hinter diesem Strip? Aber das ist die Kackmap. Da gibt's total wenig Kisten eigentlich. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich lege. Ey, Schwert, Schwert. Scheiße. Wer hat sich den Schwert als Schwert da rausgenommen, ey? Wer hat sich den Schwert genommen, ja. Jetzt hab ich nur so ne Kackhose. Alter, ihr seid doch so gemein. Das waren zwei Schwerter. Was denn? Und die hab ich beide. Du hast beide? Du Arsch. Hast du dich? Nein, Quatsch. Quatsch. Verarsch mich nur wieder, ne? Verdammt. Was denn? Das hat grad bei mir so geleckt, dass ich nichts abbekommen hab. Klingt ja wunderschön. Ja, super. Ist das einer hinter mir? Ne. Das blöde Glas. Der Waffe fällt trotzdem mal nicht schlecht hier. Ja, ich hab auch keine. Ist aber ein hübsches Map, find ich. Ja, die Map, die ist auch sehr cool, aber, ähm... Ja, das ist Zwareides Map 2. Du kennst dich aus. Keine Kiezen. Au, 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 was steht denn da? Nein, nicht schnell laufen. Ich hab nichts zu essen. Achso, schau mal. Scheiße, da ist jemand. Da ist jemand. Will, du stirbst als erstes. Das wär ja voll kacke. Hier geht's runter. Hier geht's runter? Oh ja, dann... Boah, ey. Ich spiel jetzt noch nicht so lange diese Survival Games. Ich hab vorhin das erste Mal gespielt. Da waren wir in so einer Schneelandschaft. Und, äh... Ich hab so ein... So ein Untergrund-Dings gefunden. Und da waren so ein paar Räume. Da bin ich reingegangen. In den ersten konnte man wieder raus. In den zweiten nicht. Und dann saß ich das ganze Spiel, saß ich da in diesem Raum fest. Und, äh... Letztendlich musste ich warten, bis... mich irgendjemand gefunden hat. Und drei Melonen. Cheater. Ich hab erst auch einen Apfel und einen Stay. Man respawnen die Kisten... Boah, das dauert, Fabi. Theoretisch nachts. Ja, eigentlich immer nachts, ja. Oh Gott, ey. Ich bin hier in so ein Haus drin und hier ist nirgendwo eine Kiste. Nee, in den Häusern, die ich gefunden habe, auch keine. Die sind aber auch so riesig hier. Ich lecke leider heute mal die. Oh, dafür kann man Blumen pflücken. Ja, was bringt dir das? Wo zur Hölle bin ich? Ich bin gerade irgendwo im Wasser. Hoch. Das ist ja richtig episch hier, wo ich bin. Nicht nur, wo du bist. Ich glaube, ich hab hier ein gutes Versteck gefunden. Obwohl, nee, das ist direkt deine Straße. Oh mein Gott. Du willst dich verstecken? Oh. Ja. Ah gut, Nahrung hab ich jetzt auch wieder ein bisschen. Was ist das? Das ist ein episches Gebäude. Das ist an der Werkbank, aber keine Kiste. Hier hat jemand was runtergeklappt. Oh mein Gott, hier sind Leute. Was? Au, dann war ich das. Sehr beruhigend. Ja, ich hab das runtergeklappt, falls mich jemand verfolgt hat, dass er es hochklappen muss. Was? Nein, das war nur eine Falltür an so einer Lampe dran. Die hat die runtergeklappt. Achso. Ich hab ein Haus gefunden. Toll, ich renne hier jetzt die ganze Zeit im Kreis rum. Wie sinnlos ist das denn? Da hinten laufen irgendwelche, oh shit, Leute, nein, 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 lass mich zur Ruhe, ach, ach, ach. Sollen wir uns direkt am Anfang killen oder erst warten, bis alle anderen tot sind? Kannst ruhig am Anfang machen. Außer, ja, okay, das ist doof, wenn wir sagen, außer Saki. Okay, weil ich lauf gerade Fabian hinterher. Ach, du bist das. Ja, ich bin das. Geh weg. Geh weg. Okay, ich glaube, ich hab ihn gut genug verschanzt. Ah, gestorben. Was? Hat er da von hinten das Schwert? Ich dachte, du magst es von hinten. Ja, schon, aber nicht so gewalttätig. Eher sanft. Und mit Gefühl. Sprengen wir mal wieder. Verdammt. Sprengen wir mal wieder vom Baum zu Baum. Was ist verdammt? Ich versuch dich zu treffen, aber irgendwie kommen bei mir nur die Sterne. Aber das ist so geil, das war so ein epischer Baum da, den sie da gebaut haben, richtig krass. Das heißt, Fabian hat noch Chancen, weil du leckst. Ja. Weil ich leckte oder weil er leckt? Weil er leckt. Oh nein, ich hab nur noch ein Herz. Jetzt bin ich tot. Hallo Fabi. Ah. Das hätte es viel zu lange gedauert. Hallo. Warum hast du dich einfach von mir abgelassen? Ich hatte kein einziges Item außer Blütchen. Ja, sehe ich jetzt auch gerade. Und, äh, was ist das? Seeds. Ja. Und mein Magen krummelt. Ich renne hier gerade auf Bäume rum, ich glaube, hier findet mich niemand. Tu mir leid, ist zwar so verführen. Ja. Der wird auf jeden Fall eine Menge, äh, Nahrung haben. Hm, ich komme irgendwie nicht mehr. Noch neun Leute? Echt? So viele? Ja. Da oben stand jemand. Ich hab dich genau gesehen, das war ein Assassiner, ey. Der wird mich umbringen. Ich hab die Sitzung gefunden. Was? Warte mal. Na, äh, wo soll ich stehen? Nein, nein, nicht du. Achso. Ich dachte, weil ich Assassinskin hab und so. Ja. Gucken wir mal, wer doch alles lebt. Geil, Alter. Ist mein Vorbilder eigentlich, ne? Das ist nicht da. Wir sind die Ersten, die gestorben sind. Du, glaube ich, nie. Doch nicht. Ja, aber so ziemlich. Aber leben wir eigentlich doch nicht. Bist du hinter mir? Oder vor mir? Hä? Woh? Hab dir Orientierung gefallen. Ja, ich, äh, schwimm gerade hier so im Wasserfall hoch. Oh, als würde ich dich nicht sehen. Wo sie, wo bist du denn? Tja, Saki. Ah, bei mir ist gerade schön ruhig. Keiner da. Ah, nein, ich seh sie. Ich seh sie, ich seh ihn nahm. Wer? Nein, lass mich in Ruhe. Oh, du bist weg. Oh, du bist weg. Scheiße, ey, hör auf. Ich bin die mit der Kamera, du darfst mich nicht umbringen. Scheiße. Wo bist du? Ich bring dich mit meinem Satz hier um. Nein, nein, nein. Wie passt das denn? Was? Naika findet ihr Kilt Sakiya Ati with Zeppling. Ja, ich, ich hätte sie mit einer Schüssel umgebracht, ey. Ich hab echt noch ein epischer gewesen. Alter. Fuck, ey. So, neue Runde ohne die anderen, die uns dort umbringen. Ne, also ich glaub, die Aufnahme kannst du jetzt erstmal beenden, dann machen wir gleich noch ne Aufnahme. Ja, okay. Den Ausgang, den schreiben wir natürlich noch irgendwo auf. Gut, das war die erste Folge Hunger Games in Minecraft mit uns fünf Leutchen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und was dann passiert, seht ihr dann. Tschüss. Wir sehen uns dann im Kopf. Vielen Dank.